Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, tschada, und schüttel ich wieder für euch in Battle for S.O.D. unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder so ein kleines Opening-Video von mir. Diesmal etwas Neues. Wir haben nämlich das letzte Mal ja endlich unsere Essenzen hier fertig gekriegt. Wir hatten ja immer so ein paar, ähm, ja, Paragon-Kisten aufgemacht, um dementsprechend mal alle Legendary-Essenzen zu bekommen. Das haben wir abgeschlossen. Meinen Titel hab ich ja auch. Dementsprechend gab's da ja auch ein Video zu. Und jetzt hab ich mal was Neues rausgesucht. Ich bin ja im Moment so ein bisschen am Transmog sammeln. Und da gibt's auch unter anderem Angeln, die man sammeln kann, die zwar irgendwie nicht als Transmog zählen, deswegen hab ich sie erst aus Older Things rausgenommen. Bloß dachte ich mir, hm, okay, die sind da ja eigentlich schon mit drin. Guck ich mal, ob ich sie irgendwie kriegen kann. Und da gibt's nämlich, ja, zwei Angeln, die ein bisschen blöder sind. Und zwar ist das hier die knöcherne Angelrute und die Juwelenbesetzte Angelrute. Und diese beiden kriegt man unter anderem hier aus diesen Säcken raus. Und zwar muss man die farmen über Angel-Dailies. Es gibt insgesamt drei verschiedene Säcke, die man holen kann. Zum einen gibt's die Angel-Dailie hier in der Garnision. Dann gibt's die Angel-Dailie in den, ähm, Hauptstädten, also in SW, in Ogrimmar und so weiter halt. In Eisenschmied. Ich glaub, da kann man aber immer nur eine pro Tag machen. Also in einer von diesen Hauptstädten. Und dann gibt's in Dalaran noch eine. Ihr seht schon, ähm, von diesem Dalaran-Sack hab ich jetzt nur einen. Erstmal, weil er die schlechteste Drop-Chance hat und weil diese Dailies extrem lang dauern. Da muss man ewig weit rumfliegen. Die anderen gehen tatsächlich relativ schnell. Und ja, jetzt haben wir insgesamt 20 Säcke hier zusammengesammelt. Und ich will euch aber auch nicht die Drop-Chancen vorenthalten. Also das ist hier die eine Angel. Bei der anderen ist es aber genauso, ne? Also ich hab jetzt die Juwelenbesetzte Angelrute. Und, äh, bei dieser knöcherten ist es quasi gleich. Und hier haben wir einmal den Sack aus Dalaran. Der hat 0,3% das zu droppen. Dann haben wir hier den Sack einmal aus SW. Das hat 0,5%. Und dann aus der Garnition sind wir sogar bei 0,7%. Sind alles keine guten Drop-Chancen, ne? Also alles unter 1%. Aber ich werde jetzt mein Glück versuchen. Und hab eigentlich vor, äh, das Format so lange weiterzumachen, bis ich quasi die beiden Angel mein eigen nennen kann. Ich hab mir auferlegt, dass ich mir wöchentlich 20 Säcke sammle. Ich muss wahrscheinlich jetzt dann das Ganze mit 2 Chars machen, dass ich hinkomme. Oder vielleicht mehr, muss ich mal schauen, dass ich jeden Tag diese blöden Angel-Dailies mache. Aber ich hoffe, dass wir zumindest heute eine rausziehen. Und ich würde sagen, steigen wir gleich mal ein. Wir fangen mal hier mit dem Sack aus, ähm, ja, aus Nord-End-Dalaran an. Okay, da haben wir schon mal nix drin. Nächster Sack, nix. Ein, ein Silber kriegen wir hier raus. Wieder nix. Komm, eine, eine will ich kriegen. Hm. Nee. Okay, das war auch nix. Aber das sind, also, das, die verwenden das Gold-Symbol, aber es sind nur Silber drin. Aber ja. Wieder nix. Hm. Gib mir, zumindest eine Angel, komm. Bei 0, irgendwas Prozent ist es halt echt ein bisschen ätzend. Ich sehe hier gerade, ne? Bei dem Sack hat Older Things den Loot drin, bei dem anderen nicht. Interessant. Oh, weia. Ich kriege keine einzige Angel, oder? Oh, zwei Säcke. Nix. Oh, so bitter. Ich habe kein einziges Teil gekriegt. Schade, 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 schade. Sind wir leer ausgegangen, aber man hätte sich's denken können, bei 0, irgendwas Prozenten, bei diesen ganzen Säcken. 20 haben wir jetzt aufgemacht. Ich werde jetzt wieder über die Woche 20 neue Säcke mir besorgen. Ich hoffe, dass ich da dranbleiben kann. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir nächste Woche ein bisschen mehr Glück haben. Ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Opening wieder. Eutla. Bis dann. Ciao.